Direkt mal zu Beginn ein kleiner Hinweis. ADHS ist bei jeder Person anders und es wiegt sich auch immer anders aus und jeder empfindet andere Vor- und Nachteile dadurch. Was ich alles erzähle, ist eventuell nicht so neutral wie in offiziellen Artikeln, einfach weil ich meine Erfahrungen und Gefühle damit einfließen lasse. Heute möchte ich über den Hyperfokus reden und der Hyperfokus ist eigentlich eine zentrale Eigenschaft von ADHS. Wie bei so vielen Symptomen von ADHS ist das auch so eins, wo außenstehende Leute oftmal sagen, hä, das ist doch nichts Schlimmes, das hat doch jeder Mensch. Aber genau bei diesen Symptomen stimmt das sogar. Jeder Mensch hat das irgendwie, ein bisschen, aber bei ADHS-Personen ist das einfach viel ausgeprägter, stärker und intensiver. Ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst kann man sagen, der Hyperfokus ist ein Zustand, bei dem man sich auf ein Thema sehr, sehr gut konzentrieren kann, wenn man halt Interesse für dieses Thema hat. Der erste große Unterschied ist schon mal bei normalen Menschen, die haben nicht diese Probleme, sich auf Sachen zu konzentrieren, auf jeden Fall nicht in diesem Maße. Und deswegen ist es für ADHS-Patienten umso besonderer im Grunde, dass sie sich wirklich enorm auf ein Thema konzentrieren und fixieren können. Aber auch die Intensität, wie man sich auf dieses Thema konzentrieren kann und zum Teil auch muss, ist auch wieder eine kleine Besonderheit und das werde ich auch im Folgenden etwas weiter ausführen. Auf Wikipedia ist das so beschrieben. Der Hyperfokus bezeichnet einen speziellen Zustand starker Konzentration. Bei ADHS ist oft zu beobachten, dass sich Betroffene besonders interessanten Aufgabenstellungen äußerst intensiv und ausdauernd widmen können. Und das ist richtig. Ich persönlich gehe sogar so weit, ich sage nicht, es gibt einen Hyperfokus, sondern ich sage, es gibt drei Arten von Hyperfokus, was allerdings gar nicht so offiziell ist, weil das eigentlich eine Erkenntnis aus meiner eigenen Beobachtung an mir ist. Als Ersten möchte ich den Zustand beschreiben, den ich großen Hyperfokus nenne oder was eigentlich auch eher so der klassische Hyperfokus ist. Das tritt eigentlich dann auf, wenn man sich für ein bestimmtes Thema sehr stark interessiert oder wenn man etwas sich anschaffen möchte und sich sehr, sehr darauf freut oder wenn man irgendein Projekt machen möchte und voll viele Ideen hat und dann auch anfängt, das zu machen. In diesem Zustand kann ich nur noch an dieses eine Thema denken. Ich fange an, Informationen zu sammeln. Das ist fast schon zwanghaft. Ich lese Testberichte, ich lese Artikel, ich gucke Videos dazu. Ich sorge alle Informationen auf, die ich irgendwie zu diesem Thema kriegen kann und die bleiben dann auch im Gegensatz zu sonst in meinem Gehirn haften. Ich kann mir sonst nichts wirklich merken. Mein Gedächtnis ist wirklich Schrott, außer wenn etwas durch diesen Fokus in mein Gehirn langt, dann bleibt das da drin hängen und das bleibt auch da. Es gibt viele Bereiche, wo ich in der Theorie schon fast ein Profi sein könnte, aber einfach in der Praxis das nicht kann. Das Problem ist, dass mein Gehirn dann auch nur dieses eine Thema kennt und kaum andere Themen zulässt. Immer wenn ich an etwas anderes denken möchte, gehen die Gedanken immer wieder auf dieses eine Thema zurück. Das ist besonders stressig bei der Arbeit. Ich bin Anwendungsentwickler und wenn ich ein Problem lösen muss und dann die ganze Zeit an meine neue Grafikkarte, die ich in zwei Wochen bekomme, denke, dann kann ich nicht richtig arbeiten. So ein Zustand war eigentlich bei mir normal auf der Arbeit, bevor ich Medikamente kam, auch ohne Hyperfokus. Dass einfach meine Gedanken nicht beim Thema bleiben wollten. Aber wenn ich in diesem Hyperfokus bin, in dem Großen, dann wollen meine Gedanken trotz Medikamente immer wieder zu diesem Thema zurück. Selbst wenn es unpassend ist und ich eigentlich was anderes tun müsste, fange ich dann fast schon zwanghaft an, diese Information zu suchen und aufzusaugen. Ich rede auch in diesen Fällen von fast nichts anderem mehr, auch mit den Leuten um mich rum. Meine Frau ist schon immer genervt, wenn ich in so einem Modus bin, wo ich dann Tag für Tag immer und immer und immer wieder die gleichen Sachen erzähle, weil einfach meine Gedanken den ganzen Tag da drum kreisen. Ich hatte sowas zum Beispiel auch mal, als ich eine App programmieren wollte. Dann habe ich mir erst mal einen Kurs geholt und den durchgearbeitet und habe alle möglichen Informationen gesammelt. Ich hatte Ideen für den Aufbau der Struktur der App und alles Mögliche. Habe dann auch angefangen, das zu machen, wirklich konzentriert bis zu einem bestimmten Punkt. Und das war dann ein Punkt, wo ich an ein Problem gekommen bin, das ich einfach nicht wirklich lösen konnte. Und das hat mir dann die komplette Motivation versaut und den Hyperfokus beendet. Und seitdem ist die App irgendwo auf meiner Festplatte und vergammelt da. Und das ist eigentlich so die Regel in meinem Leben auch. Mein komplettes Leben läuft so ab. Ich bin irgendwo für Feuer und Flamme und informiere mich und fange an, stoße an irgendein Problem oder es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann gebe ich auf und das war es dann. Das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Hyperfokus selbst zu tun, dieses Aufgeben. Aber das ist bei mir immer so der Punkt, der den Hyperfokus beendet. Zum Beispiel wollte ich mal Fortnite spielen. Ich habe mir Videos angeguckt, wie man richtig baut, wie man zielt, wie man mit einem Snipergewehr richtig zielt, mit dieser Skala, die da in dem Visier ist. Ich habe geguckt, wo man am besten hingeht, wo man am besten irgendwas machen kann, wie man sich am besten verschanzt und zu welchem Punkt im Spiel man was machen muss. Dann habe ich das Spiel angefangen, gemerkt, dass ich einfach nur verliere und verkacke und eigentlich nichts hinkriege. Und dann war es das wieder. Hyperfokus vorbei, Spiel gelöscht, nie wieder angefasst. Oder vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mir eine neue Grafikkarte geholt, eine RTX 2070 Super. Und ich habe mich im Vorfeld erkundigt. Ich habe verschiedene Modelle verglichen im Internet. Ich habe Testberichte zu verschiedenen Modellen gelesen und habe die ganze Zeit Informationen über diese Karte aufgesaugt, Videos geguckt, Benchmarks und habe alles aufgesogen. Und nach dem Bestellen ging es dann weiter, habe weiter verglichen. Habe ich jetzt die richtige Kaufentscheidung getroffen? Habe ich die richtige Grafikkarte gekauft? Und als sie dann da war und ich sie eingebaut habe und ich ein paar Runden gespielt habe, dann war das auch wieder gut. Der Haken daran ist wirklich erstens, dass ich damit meinen Mitmenschen auf den Nerv gehe und zweitens, dass dieser Hyperfokus, selbst wenn er positiv mich animiert, endlich mal aus dem Puschen zu kommen, an irgendeinem Punkt, wo dann ein Rückschlag passiert, einfach aufhört und ich dann wieder am Punkt stehe, wo ich nichts mache. Ein wirklich, wirklich großes Problem an der Sache ist dann, wie das für Außenstehende aussieht. Wenn der Hyperfokus dann aus welchem Grund auch immer abgebrochen wird, denken Außenstehende, hm, eigentlich kann er das ja, das hat er ja schon bewiesen und jetzt macht er es nicht mehr. Mann, ist das ein faules Stück. Und wenn sowas halt immer und immer wieder passiert, hinterlässt das auch bei den anderen dann so einen Eindruck von der Person selber, das einfach nicht gut ist, obwohl die Person selber da gar nichts für kann, so wirklich. Ein weiteres Problem ist halt auch, dass man diesen Hyperfokus nicht steuern kann. Man kann den nicht einfach ein- und ausschalten oder einfach hervorrufen. Es muss einen Auslöser geben, es muss ein Thema sein, was einem wirklich am Herzen liegt, wo man denkt, boah, das ist toll, ich will mehr Informationen haben. Und dann funktioniert das automatisch. Aber man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt möchte ich gerne Interesse an diesem Thema haben. Das geht einfach nicht. Interesse ist da oder es ist nicht da. Aber man muss auch Sachen manchmal machen oder lernen oder tun, wo man kein Interesse hat. Und genau da fangen dann wieder die ADHS-Schwächen richtig an. Und wenn man dann halt ein Thema hatte, wo man sich zuvor richtig für interessiert hat und wo man wirklich Feuer und Flamme für war und diese Flamme dann gelöscht wird, dann ist auch die Konzentration weg, dann ist auch der Wille weg, da was für zu lernen oder zu tun. Und selbst wenn man wirklich richtig ernsthaft möchte, dass man sich wieder in das Thema reinfindet, es gelingt einfach nicht. Dann komme ich mal zum zweiten Hyperfokus, den ich an mir kennengelernt habe. Und das nenne ich den kleinen Hyperfokus. Das habe ich immer dann, wenn ich einen Artikel lese oder wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe und das wirklich interessant finde. Da bekomme ich um mich rum nichts mehr mit. Letztens zum Beispiel war so ein Fall, da lief irgendeine Folge von einer Serie im Fernsehen und mein Kind stand neben mir. Papa, 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 Papa. Und ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe das ernsthaft nicht mitgekriegt. Bis dann irgendwann meine Frau anfängt und sagt, Schatz! Und ich dann wie aus einer Trance aufwache. Ich gucke mich dann immer, hä, was ist hier los? Was ist denn? Ja, dein Kind redet mit dir. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht mitgekriegt. Und das ist ja nicht nur einmal passiert, das ist öfter passiert. Und das hat nicht nur meine Frau mitbekommen, sondern auch meine Schwester, als sie zu Besuch war oder andere Besucher, weil das einfach immer und immer wieder bei mir passiert. Oder mal ein anderes Beispiel. Ich habe einen Artikel gelesen im Internet auf meinem Handy und fand den super interessant und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Plötzlich fängt meine Frau an, mit mir zu reden, bis sie irgendwann merkt, dass ich gar nicht mitkriege, dass sie mit mir redet und fängt dann an, Hey, Schatz! Und was ist los? Ich rede gerade mit dir. Wie jetzt? Worum ging es denn? Und dann fängt sie an, das nochmal zu erzählen. Aber ich habe noch diesen Artikel im Kopf. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will nicht vergessen, wo ich war oder ich will auch nachher nicht die Stelle wieder suchen. Also gucke ich nebenbei ein, zweimal einfach auf diesen Text, damit ich die Stelle einfach nicht verliere und plötzlich fange ich an, automatisch weiterzulesen und irgendwie höre ich meiner Frau da nicht mehr zu und dann irgendwann, Ey, du hörst mir schon wieder nicht zu. Willst du mich eigentlich verarschen? Und auf diese Art und Weise kommen andauernd irgendwelche Streitzustande, weil ich nie zuhöre. Und als dritten Hyperfokus, das ist der schlimmste Hyperfokus, der, den ich hasse und den ich am liebsten nie wieder hätte. Das nenne ich den negativen Hyperfokus. Dieser setzt sich eigentlich bei mir aus so drei Komponenten zusammen. Das ist einmal das geringe Selbstwertgefühl, zum zweiten mein Perfektionismus und zum dritten, dass ich unglaublich schnell wütend werde. Wenn ich irgendwas nicht schaffe, was ich schaffen möchte, was ich mir vorgenommen habe oder an ein Problem stoße, wo ich nicht weiterkomme oder einfach alles anders ist, als ich es mir vorher ausgemalt habe, trotz intensiver Recherche, dann kommen erstmal diese Zweifel. Ich kann nichts, ich habe schon wieder etwas nicht geschafft. Nie kriege ich irgendwas hin. Ich bin so ein Versager. Dadurch werde ich wütend oder noch wütender, wenn ich vorher schon wütend war. Dann schaukeln sich diese Wut und der Selbsthass so lange gegenseitig hoch, bis ich in einen Zustand komme, den ich Watte-Kopf nenne. Dann fühlt sich alles um mich herum einfach nur noch dumpf an. Ich fühle mich sogar relativ emotionslos, habe aber auf nichts mehr Lust. Ich kann mich für nichts mehr aufraffen und sitze einfach da und starre Löcher in die Luft. Und ich kann da auch nichts gegen machen. Ich sitze dann da wie so ein Zombie. Und dieser Zustand hält dann auch erstmal, meistens bis ich dann irgendwie eine Nacht geschlafen habe. Und am nächsten Morgen ist alles wieder relativ okay. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, ist der Tag für mich gelaufen. Ja, mehr kann ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Das war jetzt so meine Sicht auf den Hyperfokus, meine Erfahrung und wie ich das Ganze empfinde. Wenn du jetzt auch betroffen bist und den Hyperfokus anders empfindest, würde mich das natürlich sehr interessieren. Und ich würde mich freuen, wenn du das in die Kommentare schreibst. Nicht, weil ich geil auf Kommentare bin, sondern einfach, weil ich dann Erfahrungen sammeln möchte, auch von anderen Leuten. Und weil ich das einfach super interessant finde. Das war's dann nämlich auch schon mit diesem Video. Und wir sehen uns irgendwann, wenn ich mich mal wieder motivieren kann, in einem nächsten Video. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.